Was ist der Klimawandel? Täglich führt uns der Klimawandel vor Augen, wie sehr wir von einer vielfältigen und intakten Natur abhängig sind. Darum veranstaltet die Stadt gemeinsam mit dem Botanischen Garten das Thema Jahr «Natur braucht Stadt». Mit einem umfangreichen Programm und vielen praktischen Anleitungen wollen wir die Bevölkerung motivieren, selber aktiv zu werden. Jede kleine Massnahme trägt dazu bei, die Artenvielfalt in der Stadt zu fördern und das Stadtklima positiv zu beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass das Thema Jahr uns allen viele Anregungen geben wird, unseren Lebensraum natürlicher und vielfältiger zu gestalten.